Wer startet ab dem 13. November in eine besonders erfolgreiche Woche hinein? Wir verraten euch die drei Glückskinder der Woche. 1. Löwe Venus macht es dir leicht, als Single Kontakte zu knüpfen. In der Beziehung genießt du Zärtlichkeit und Nähe. Im Job kannst du auf dein Bauchgefühl vertrauen. Schweißtreibende Workouts lässt du diese Woche mal schleifen. Jetzt ist Erholung angesagt. 2. Waage Venus bringt deine Partnerschaft in Schwung. Singles können jetzt ihre große Liebe treffen. Auf der Arbeit kannst du mit Selbstbewusstsein überzeugen. Gute Laune und Charisma verschaffen dir neue Lebensfreude. 3. Skorpion Erotica Mars sorgt für neue Liebesabenteuer. Im Job bist du zuverlässig und punktest mit Bestleistungen. Sonne und Mars schenken dir enorme Ausdauer und Willenskraft. Nicht nur dein Körper profitiert davon, auch über deine mentale Gesundheit kannst du dich derzeit nicht beklagen. 1. 2. 5. 5. 6. 6.